Das ist unser Gerät und hier darfst du dich gleich hinlegen. Du ziehst die Hose aus, ich gehe raus in den Seelenstrand. Danke, 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 freu mich. So, Frau Sander, jetzt habe ich noch etwas Schönes für Sie. Ich habe mir auch gleich noch etwas mitgebracht. Nein, ich würde mich anstoßen. Prima, vielen Dank. Wohl. Danke. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.